Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny Pokémon Video von mir und dieses Mal habe ich ein Shiny Palkia nach 212 Soft Resets. Holy Shit. Das ging super schnell, man. Richtig schnell. Und ja, ich würde jetzt gleich mal sagen, damit das nicht zu lange geht, nutze ich erstmal einen Roto Catch. Rustbeer, okay. Kampf-Move, nicht wahr? Soweit ich weiß. So, dann gehe ich zu Absol raus. Zu meinem Absol. Und drücke auf einen False Swipe. Aquatail, okay. Und dann denke ich, müsste das ganz schnell gehen. Palkia hat keine hohe... Ne, hat eine sehr niedrige Catch Rate. Das heißt, es geht in Heel Ball. Der funktioniert am besten. Meins? Oh, mach's nicht zu schwer, Alter. Autsch. Ich glaube, ich hau's nochmal. Aufs Mull. Ist das nicht der Drachen-Move jetzt gewesen? Also den speziellen Signature-Move von... ...Palkia? Keine Ahnung. Ah! Mach's nicht so schwer. Ne. Oh, Hydro-Bombe. Hm, das ist gut. Okay. Dann rufen wir das nächste Pokémon. Registil. Komm ins... ...Battle. Oh Mann, Alter. Mach's nicht zu schwer. Du bist nur ein Palkia. Alter, so krass bist du nicht. Ja, ich glaube, das ist der spezielle Move von Palkia. Ich bin eigentlich gar kein so großer Fan von den Gen 4, äh... ...von den Sinnoh-Legis, muss ich sagen. Also zumindest nicht von Palkia und Yalga. Von Giratina schon eher. Auch wenn das Shiny ein bisschen out of place aussieht. Zu viele komische Farben zusammengemischt. Please? Jawoll! Ich mein, sie sind zu willig, im Ball zu bleiben. Bäh. So, da haben wir das Palkia. Shiny fucking Palkia. Ihr wisst, was als nächstes kommt. Dann in dem Fall. Weil ich ja jetzt auch Palkia habe. Kommt als nächstes Dialga. Ich muss nur gucken, in welchem Loch man Dialga rausziehen kann. Und der Healball tut das, was er soll. Jetzt muss ich mir mal das Wesen anschauen, Alter. Nein, nicht heilen. Wesen. Das ist ein... ...neutrales Wesen. Äh. Ich glaube, Synchronize bringt fast nichts mehr Gefühl. So, wenn wir zurück. Wup, wup. So, dann schnell irgendwo ins Gras. Ingehen. Bisschen rauswerfen. Bisschen zeigen. Die Schönheit. Das schöne Palkia. Das schöne Palkia. Komm her. Ein reguläres Radikal. Und Shiny Palkia. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020